Hi! Willkommen heute zu einem neuen Video auf MitsuMatsuYT. In diesem Video möchte ich euch gerne mal eine Art Fake-Server von MitsuMC zeigen. Ihr erinnert euch doch noch an die alte IP-Adresse, ne? MitsuMC.mbb.1 und 25722. Das Ganze ist jetzt neu, weil der Server neu gemacht wird und die alte IP und der Porti sind nicht mehr da. So, jetzt hat sich aber jemand diese IP geschnappt und hat daraus einen anderen Server gemacht. Also ich habe das hier immer noch so eingespeichert, aber da unten steht halt FireGhost. Ich würde mal sagen, ich gehe mal da drauf. Ich war da gestern schon mal kurz drauf, aber ich habe da jetzt eigentlich gar nicht so viel gesehen. Vielleicht gibt es ja Warps, ich werde das Ganze mal ausprobieren hier. Und da bin ich auch schon drauf. Das sieht aber anders aus als gestern. Gestern war hier einfach nur so ein Mini-Dings. Lol. Was? Kann ich durchgehen? Ne, kann ich nicht durchgehen. Hä? Aber gestern sah das anders aus. Aber was ist das hier bitte? Das ist nicht mein Server. Ich sage es euch, das ist ein ganz anderer Server. Das hat die alte IP von Micia MC. Warum? Kann ich die Ender Chests hier öffnen? Ja, kann ich. Kann ich hier abbauen? Moment, äh, hier. Ich probiere es mal aus. Komm schon. Ne, ich kann hier nicht abbauen. Hä? Hä? Was ist das für ein Server? Was? Äh, ist hier... Stairsheet? Nein. Hä? Da hinten sind Schilde. Aber es ist eine gute Lobby. Wer auch immer das gebaut hat, die Lobby finde ich gut. Hä? Hä? Das ist nicht mein deutsches Server, oder? Play. Nochmal Play. Tops. Hä? 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 Gestern ist man einfach in der Flachlandwelt gespawnt und dann war da irgendwie so eine Mini-Karte Sache drauf gebaut. Was ist das? Kann ich hier irgendwo auch hin? Es interessiert, wenn ich auf den Typen da haue. Oh. Jetzt werde ich auf einen anderen Server transferiert. So, jetzt bin ich hier drauf. Was? Krass, ey. Was ist das? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Hä? Ähm. Alles klar. Hä? Was ist das hier? Wo zur Hölle bin ich hier? Lol. Hier ist jemand. Hä? Warte mal. Schreib mal hi. Hä? Was ist das hier? Olla. Hä? Ich frage mal hier auf Deutsch. Was ist das hier? Warum hat der Server die alte IP von meinem Server? Ich wette, der wird das jetzt nicht verstehen, aber... Irgendwann frage ich es auch gleich nochmal auf Englisch. Das ist, glaube ich, der Ono oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, der versteht mich gerade nicht. Moment, ich frage noch auf Englisch. So, ich habe jetzt hier gefragt, was ist das für ein Server? Die IP und der Port sind die alten IP und der Port von meinem Server. Ich verstehe nicht mehr, was... Was ist das hier, bitte? Was? Okay, alles klar. Hä? Das macht alles nicht mehr Sinn. So, jetzt hat dieser Doklex dieses... Hä? Hä? Der hat jetzt den Server verlassen. Warum? Ich verstehe das hier nicht. Was soll das? Okay, das hier scheint mir ein Jump'n'Run zu sein. Mist. So, und wo bin ich jetzt? Okay, ich probiere mich mal hier am Jump'n'Run aus. Kann ich da springen? Okay, hier bin ich schon. Okay. Gut, ich würde mal sagen, da hier jetzt gerade gar nichts mehr zu gehen scheint, schreibe ich hier nochmal im Chat. Okay, ich habe hier jetzt nochmal geschrieben, Konsole, I make a video for my YouTube-Channel, Mitsu, Mitsu, Mitsu und T. Okay, ist es okay? Und jetzt hoffe ich mal, ich bekomme noch irgendeine Antwort. Das ist auf jeden Fall ein sehr seltsamer Server. Aber, trotzdem hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich werde das jetzt hier auch mal beenden, weil es jetzt eigentlich nichts mehr zu geben scheint. Und, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal.